Liebe Schwestern und Brüder, in geringster Zahl hier, wegen der Einschränkungen in unserer Missio-Kapelle im Herzen von Wien, liebe Schwestern und Brüder im Livestream, die ihr mich jetzt sehen könnt, die ihr uns sehen könnt in unserer schönen Kapelle und ganz besonders heute außerordentlicherweise alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Ja, es ist ein sehr besonderer Advent, der uns bevorsteht, so wie die Zeit seit März eine sehr eigenartige, verunsichernde, aber zugleich auch chancenlose Zeit, chancenreiche Zeit ist. Ich habe schon im März in einer Predigt, die dann über YouTube zehntausende Male verbreitet wurde, gepredigt, dass wir uns nicht in Lethargie, in Passivität flüchten dürfen als Christen in dieser Zeit der Pandemie und dieser furchtbaren Einschränkungen auch des Gottesdienstes, sondern dass wir die Zeit nützen müssen zu einer Vergeistlichung, zu einer Verinnerlichung. Wo äußerer Besuch des Gottesdienstes nicht auf normale Weise möglich ist, sollen wir uns geistig umso intensiver mit Jesus verbinden, auch über die verschiedenen Medienangebote, von denen Radio Maria ja schon jahrzehntelang Gottesdienste überträgt. Und ich muss selber sagen, ich bete jeden Tag entweder die Vespa oder den Rosenkranz in der Früh um sechs oder sonst etwas über Radio Maria mit. Übrigens auch sehr schön, dass in Radio Maria jetzt so viele Fürbitten waren für unseren Pater Bernhard Woschitzki. Ich darf euch sagen, dass sein Gesundheitszustand stabil ist. Der Herr Abt hat mir aber kurz vor der Messe geschrieben, wir sollen beten, weil jetzt wahrscheinlich das Wochenende der Höhepunkt und die kritischste Phase sein wird. Das Besondere dieser Zeit merke ich hier im Herzen von Wien daran, wenn wir gerade im Evangelium gehört haben, dass Rausch und Drunksucht und die Sorgen des Alltags uns nicht verbieren sollen, dass es keine Weihnachtsmärkte gibt. Wir liegen hier hinter der Franziskanerkirche beim Ronacher. Und was waren das für Zeiten voriges Jahr im Advent, wo die Betrunkenen torkelnd von den Punsch- und Weihnachtständen da vorübergekommen sind, wo am Abend laut gegrölt worden ist und jetzt ist es still. Ich genieße das durchaus. Ich bin nicht dagegen, dass man in der Adventszeit Punsch und etwas Gutes trinkt und auch Weihnachtsfeiern. Wir haben bei Missio so stilvolle, schöne, erhebende Weihnachtsteiern in den letzten Jahren gehabt. Aber die Frage ist, ob nicht viele Menschen gerade den Advent eigentlich schon immer missbraucht haben in den letzten Jahren. Nicht als eine Zeit, wo man still wird und wo man reduziert, sondern eine Zeit, wo man sich gleichsam flüchtet. Weil man Angst hat vor der Stille, weil man Angst hat vor der Frage nach dem letzten Sinn, weil man eben keinen Erlöser zu Weihnachten erwartet, sondern nur eine schöne romantische Familienfeier, wo man sich dann halt irgendetwas schenkt und unter Stress im Advent die Geschenke kaufen und aussuchen muss. Das frage ich mich wirklich, ob diese Chance des Advents, der jetzt kommt, ob wir das auch wirklich realisieren, weil wir sind eben jetzt durch die äußeren Umstände einer Pandemie, einer Seuche, eines Virus und der entsprechenden Maßnahmen, die gesetzt werden in Staat und Kirche, wir sind eben eingeschränkt. Und ich kann das als ein Gefängnis nehmen. Ich kann dagegen rebellieren. Ich kann das aber auch als eine Chance zu einer neuen Freiheit nehmen. Stille jetzt wirklich zu erleben, die kann am Anfang belastend sein, aber wenn ich gläubig bin, dann werde ich in dieser Stille plötzlich merken, dass Gott da ist. Ich kann in der Stille mit den Familienangehörigen beten. Ich kann sie versammeln, zum Beispiel vor einem Livestream-Gottesdienst. Man kann Hauskirche bilden auf neue Weise. Ich weiß auch, dass viele bei Radio Maria eben jetzt zu Hause sitzen und dann auch wirklich, also nicht bloß so neben dem Kochen, wenn ihr jetzt am Kochen seid, braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben. Aber nur, dass man das wirklich mitfeiert und jetzt wirklich bewusst jetzt eben erlebt. Wir befinden uns heute an einem besonderen Tag. Heute ist der letzte Tag des Kirchenjahres und normalerweise feiert man da ja nicht die Heilige Messe untertags mit, sondern geht bestenfalls am Abend in die Vorabendmesse, wo die Adventkränze gesegnet werden und wo dann mit der Vorabendmesse der Advent beginnt. Wir haben den Adventkranz, unseren Adventkranz hier schon hergestellt und auch das Violett ist schon sichtbar. Die Zeit der Buße, die das auch ansagt, denn der Advent ist eine Zeit der Reduktion. Eine Zeit, wo ich auch daran denken soll, dass Gott mein Leben neu machen möchte durch den Erlöser Jesus Christus, den er schickt als ein kleines Kind geboren in Bethlehem im Stall. Das ist eine unglaubliche Chance jetzt eben, dass ich diese Zeit jetzt eben wahrnehme und dass ich abschließe mit dem Alten. Man braucht auch so ein bisschen ein psychologisches Bewusstsein. Also ihr braucht ein bisschen Psychologie. Das möchte ich bei dieser Predigt jetzt noch in euch erwecken. Heute ist der letzte Tag des Kirchenjahres. Heute ist für uns Christen, dass es für die weltlichen Leute Silvester ist. Silvester ist der letzte Tag des bürgerlichen Jahres. Aber wir gehen nicht nach der bürgerlichen Zeitrechnung, denn unsere Zeit ist eine Zeit des Heiles. Sie ist eingeborgen in das Heil, das Christus gewirkt hat. Und unser Kirchenjahr, das beginnt morgen neu. Morgen beginnt das neue Kirchenjahr. Die Lesungen beginnen neu, das Lesejahr ist neu und so weiter. Morgen ist ein Zäsurtag. Morgen ist ein Tag des Einschnitts. Und so wie man sich auf ein Fest vorbereitet, denn das bringt etwas Neues, wie man sich auf die Hochzeit vorbereitet, auf die Taufe, auf Lebenseinschnitte vorbereitet, so nützt bitte diesen heutigen Samstag noch, um euch darauf einzustimmen. Morgen kommt etwas Neues. Ich empfehle euch auch kleine Vorsätze zu fassen. Ich weiß schon, es gibt den Spruch, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Ich korrigiere da immer und sage, der Spruch muss lauten, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit falschen, unrealistischen Vorsätzen. Denn kleine, realistische Vorsätze, die funktionieren sehr wohl. Aber wenn du dir heute vornimmst, ja im Advent und ich will nur lieb sein zu meinem Mann, obwohl er oft zu einem Grandscherben sein kann, oder ich will eben jetzt nur mit meinen Kindern geduldig sein, obwohl sich die manchmal aufhören wie die hotten Toten, das wird nicht funktionieren. Du brauchst kleine, realistische Vorsätze, die du dann auch umsetzen kannst, auch in Bezug auf deine Beziehung zu Gott. Nütze diese Chance, dass nach außen vieles reduziert ist. Und wir hoffen zwar, dass nach dem 6. Dezember es dann offener wird und dass wir dann uns wieder freier bewegen können. Ich hoffe auch sehr, dass die Gottesdienste dann nicht eben jetzt wieder so quantitativ eingeschränkt sind. Und wir werden alles tun, damit hier keine Infektionsherde entsteht. Aber dass wir auch wirklich zum Beispiel das Singen, das fehlt mir so. Ich finde es großartig, wie die Gabriela singt oder die Maria oder die Michaela. Gott sei Dank haben wir bei Missio so wunderbare Mitarbeiterinnen mit schöner Stimme. Aber ich würde so gerne mitbrüllen, na mitbrüllen, singen, kräftig mitsingen. Wie der heilige Augustinus gesagt hat, wer singt, betet doppelt. Aber das wissen wir nicht, ob es das eben dann geben wird. Wir würden es uns wünschen, aber wenn es auch nicht möglich sein sollte, dann werden wir das auch annehmen und das Beste eben draus machen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott hat am siebenten Tag geruht. Der siebente Tag ist der Sabbat. Heute ist der letzte Tag der Woche, nicht der Sonntag, sondern heute, der Samstag, ist der letzte Tag der Woche. Der Sonntag ist für uns Christen der erste Tag. Mit dem Sonntag beginnt morgen auch ein neues liturgisches Jahr. Es beginnt die Zeit der vierwöchigen Vorbereitung auf Christi Geburt, auf die Geburt dessen, der unser Licht ist, der der Erlöse ist. Wenn Weihnachten sein wird, dann werden die Tage auch wieder länger. Dann wird es auch wieder heller werden. Aber all das wäre nur im Hamsterrad unseres Zeitverlaufes, wenn wir Weihnachten nicht erleben würden, als das Fest, wo Christus unser Herz, unser Inneres, unser Leben, unsere Beziehungen heller macht. Und deshalb brauchen wir diese Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Mache gute, realistische, kleine Vorsätze. Aber mache dir Vorsätze. Und nimm dir vor, wenn du heute Abend oder morgen die erste Kerze des Adventkranzes anzündest, dass du dann wirklich mit der Gnade Gottes versuchst, ein neues Leben zu beginnen. Amen. 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 Amen.